Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden dem typen den 8er kd hat gg nein nur noch 7,5 nach der letzten runde ja die letzte runde war ein Hacker die haben wir nicht genommen war ein wenig blöd nein pass auf pass auf okay hier ist wieder Schlägerei wie gerade wenn ich den jetzt hab alter wenn ich den jetzt hab alter alter bist du tot alter nein 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 ich hab sogar gut geschwarrt an Enderpellen ich hab noch eine geworfen und die ist angekommen ich glaub der eine der stirbt hier gleich und er hat sich gerade gerettet also ich müsste vielleicht einen runter haben nee er hat sich wahrscheinlich gerettet nee ich hab ihn sogar gekillt okay ich hab aus Reflex gerade geswitcht weil ich doch der schlägt runter nee der rettet sich der rettet sich okay der hat sich gerettet ach man ich glaub der hat sich gerettet also der äh alter wie viele spieler hier sind du musst mal gucken ja komm komm mal zu dieser markt komm mal zu diesem äh dieser farm da ja ich weiß ich bin ich stand doch gerade außen am Dings am äh Tor achso okay damit ich will dass die mal wieder da hinten hinkommen wo man schnell runter füllen kann hier bringt das doch nichts jetzt immer ohne Spaß ja das ist ja auch normal ich will übrigens nochmal sagen was ich im letzten äh in der letzten versuch gerade sagen wollte auch dass es hier team erlaubt ist und ja mehr braucht ihr nicht zu wissen boah alter lass mal auf Hacker Ease Ease gehen oder ist der schon tot ja also team ist auf jeden fall erlaubt ist der behindert warum wirft er seine schneebälle weg alles klar okay warte lass ihn mir hinschlagen lass ihn mir hinschlagen okay der geht da hin der geht der freiwillig hin oh sorry ja booste mich nice okay er will zu gomma warte pass lieber auf warte 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 du bist hier ich geh von oben du gehst von unten okay okay ich sneaker nein du kannst normal ja okay jetzt geh ich normal ich wollte nur grad sicher geht für die ersten mal okay ich seh ihn auch schon er geht weiter in den drachen ich glaub jetzt zum bauch ja ich mein weil der mich oben rauskommt ja er geht jetzt nach oben okay okay ich hab mir runter gesch- nice er ist er down ich bin hinter dir ich bin hinter dir ist er down okay ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber du hast ihn runtergeschlagen ich glaub er ist nicht da und sonst wäre er längst tot glaub ich ja glaub ich auch was bringt das wenn die sich hier so bekämpfen sind die dumm er geht ist tot äh kannst du über den nach hier unten gehen dann kannst du dir safe runter gehen ohne schaden zu bekommen würde ich dir empfehlen oh ich hab sogar geschafft oh ich hab okay ich hab null herzenfallschaden bekommen dead logik ah der hat sogar gerade noch einen getötet alter den wir gerade noch angegriffen haben okay nice ich verschwinde jetzt einfach mal eine enderperle ich hab ja noch 30 jetzt okay ja nice der hat sich auch gebraucht der ist hinter uns ja aber wie manche einfach teamer schreiben obwohl teamer erlaubt ist das fakt richtig hab warum gehen wir nicht einfach mal da hinten hin ja das bringt nichts das bringt nichts das bringt nichts sie wollen sich totboxen aber das ist unmöglich weil wenn du low bist portst du dich einfach weg ja aber ja aber trotzdem bei drei herzen portst du dich normalerweise weg aus wenn du dumm bist oh ich hab mich gerettet alter sonst wäre ich tot gewesen okay lass mal hier nach oben gehen weißt du warum ich bin von delays tower komplett runter gefallen alter ich hab's gesehen ich hab's gesehen richtig nice okay hier will ich nicht stehen hier will ich nicht stehen alter was ist das bitte wir haben beide du hast einen nice okay oh da ist einer da ist einer okay da ist einer der ich hab alle items eingesammelt okay nice der gibt mir fette kombos grad der typ äh am schnellsten nach oben komme ich wenn ich jetzt da eine enderperle hin bitte 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 oh ich hab's überlebt ich hab's genauso wie du gemacht bist du down seit wann sind enderperlen im wasser gehen äh auch so bist du down die sind äh äh okay ich dachte schon weil du sie der will wieder nach oben gehen der will wieder nach oben gehen der typ okay ich wollte mich grad runter gehen vom turm falls ihr euch gefragt habt was ich da gemacht hab aber weil das ist sehr gefährlich da sind zwei leute und da bin ich einfach mal runter gefallen deswegen sah es ein bisschen komisch aus okay okay nice ich hab ihn von tower runter geschmissen okay nice der müsste eigentlich alter was ist das für eine runde ich muss erstmal nach oben oh ich hab mich im wasser gerettet ich hab's gehört ich hab's gehört ich hab's gehört weil ich glaub da will jemand nach oben ne das bin ich vielleicht ne 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 warte warte ja okay das bist du derzeit speedtrank noch gehabt bist du derzeit speedtrank noch ach halt schade dass man nix rauswerfen kann ja aber ich hab noch zwei speedtranks und es kommen gleich mal ein verbrochen wie der einfach trank sagt so richtig englisch und deutsch ich hab trank trank ja lass es hier runter warte so hast du schnelligkeit bekommen ja lass es hier raus lass noch hinter delay wieder wo alter ist es mit dem fov anstrengend aber geht klar ja guck doch mal hier hier hinten hier ist richtig dicke boxerei ja nicht am start so okay alter einen weg grabben alter meine augen tun schon weh ich schlag einfach nur drauf dann stell doch kurz um oh hier musst du eigentlich safe sein ne ich hab schon schnelligkeit verloren nein ich hab einen runtergeboxt vielleicht okay der ist ja bei herr bergmann runtergefallen ja ich kämpf grad gegen so'n typ der ist korbi121 ok nein nein bitte nicht ja hier bin ich safe bitte überleb 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 ja oh fuck wie woran bist du gestorben man ich bin immer gut bis gleich okay ja sein telefon klingelt okay ja dann muss ich hier alleine weitermachen fuck 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 aber naja ich werd übrigens bald mal ein äh video zu bergweglabs raushauen weil's weil's wieder da ist sozusagen und ja ich glaub die team ja die team ja die team okay aber ist ja legitim fuck 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 oh man bin ich grad scheiße vor allem der camp der erste mal okay ich muss ganz kurz was schreiben nur damit ich äh äh teamen ist auf normal mal erlaubt so okay wollte ich nur ganz beschreiben damit die auch schön informiert sind so okay die team das ist nicht sehr gut doch doch okay die wissen es anscheinend nicht und denken dann auch zu widersprechen weil es angeblich besser wissen aber okay ich will nur mal ebenso sagen dass es wenn es nicht im chat steht ist das team erlaubt es ist auch im gun game serve whatever erlaubt aber okay wenn das nicht checken will dann lass ich ihn einfach und dann wird das halt wohl nie verstehen wenn leute team ja okay fuck nochmal mit den hässlichen anderen ab und spaß angel typ ja okay äh 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 sonst macht man das nicht man macht das mit dem switch so ja okay er macht sogar switch ist aber trotzdem ist das scheiße wie er einfach mit seinen hässlichen angel abfuckt ja äh 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 so macht der ohne spaß das verkrieg ich hab okay ich hab grad nur eine nachricht bekommen oh fuck oh wie der einfach abfuckt oh fuck ich hab ihn nicht in die lava bekommen nice okay hab ihn mal ein bisschen abgefuckt ich bin in der lava scheiße ich hoffe ich brenne nicht lange okay nice ich hab einfach schon Schaden bekommen ich hätte jetzt wahrscheinlich an irgendeinen Schaden sterben ich hab's einfach mal okay ich hab's überlebt nice okay das war jetzt grad eine kurze Zeit spannend wenn die Runde jetzt nicht allzu scheiße wird dann ist die eigentlich eine spannende Runde ich mein so sehr hab ich jetzt ja auch nicht verkraft aber naja aber ich denk's äh okay das hab ich nicht überlebt glaub ich oder nein ich bin down scheiße egal gg war eigentlich eine lustige Runde ähm ja wie lange nehm ich schon auf okay 10 Minuten oh ich kann nicht mehr gg schreiben okay ähm naja dann geh ich ganz kurz raus also war eine lustige Runde und er mutet sich einfach äh er mutet sich einfach und hört mir wahrscheinlich zu keine Ahnung okay auf jeden Fall 10 Minuten geht klar hab ich jetzt leider nicht gewonnen aber eine lustige Runde und ja werd ich sagen bis zum nächsten Video haut rein und ciao